Musik Noch einmal, bukelig stark gerechnet. Und gleich noch einmal hinterher. Ein Feuerwerk von Fausten. Kasseln auf ihn ein. Und da ist die Glocke. Der Kampf ist raus. Musik 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 Johann Wilhelm Trollmann, der Verband Deutscher Faustkämpfer, erklärt mit sofortiger Wirkung den Ihnen verliehenen Titel eines deutschen Meisters im Halbschwergewicht für ungültig. Hörkopf Trollmann in aller Öffentlichkeit heulend? Es wurden vor ihm schon andere erzogen. Ich bin Boxer. Ich muss kämpfen. Musik Spannend landscapes Musik Vielen Dank.